CEMEK Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse CEMEK Der Stellenwert des Computers in der Zukunft ist natürlich, dass er sich in allen Wirtschafts- und Berufszweigen ausbreitet und die Qualifikationen, die heute für Berufe jeglicher Art gebraucht werden, enthalten auf jeden Fall Computerkenntnisse. Und von daher hat die Schule natürlich einen Auftrag, darauf zu reagieren und diese Computerkenntnisse ansatzweise zu vermitteln. Guten Morgen, Herr Mayer! Das Fach heißt Informations- und Technische Grundbildung und wir versuchen in der 5. Klasse den Schülern die Grundlagen des Umgangs mit dem Computer beizubringen. Also momentan versuchen wir uns mit dem Internet zu beschäftigen und heute ist, wie gesagt, das erste Mal angesagt, die Adresse Bremen und Informationen direkt in dieser Adresse herauszusuchen. Wie heißt denn nun der Präsidentsdenat, unser erster Bürgermeister, Tarek? Dr. Henning Schärfner. Dr. Henning Schärfner. Also in der Regel geschieht es so, dass wir drei Computerräume mit 16 bis 18 Computern haben, die von den Klassen genutzt werden können. Die drei Computerräume reichen nicht aus, um natürlich den Bedarf, den die Kollegen haben, zu decken. Es gibt jetzt den Versuch, in einer Klasse Notebooks einzusetzen. Das läuft jetzt seit einem Jahr und ist sehr erfolgreich. Ja, heute im Unterricht sollten die Schüler halt in Gruppen eine Matheaufgabe lösen zur Geometrie und sollten Dreiecke konstruieren. Im ersten Schritt sollten die Schüler innerhalb der Gruppe einen Lösungsweg skizzieren und dann mit dem Programm Capri diesen Lösungsweg einfach umsetzen. Ganz wichtig ist dann für mich, dass man nicht nur eine Aufgabe löst, sondern sie dann auch vorstellen und präsentieren kann. Und deshalb der Übertrag ins PowerPoint-Dokument und dann ganz wichtig die Vorstellung. Ihre Aufgabe war es, eine maßstabgerechte Zeichnung anzulegen, die Länge von der Strecke A, den Winkel Gamma und den Winkel Beta herauszufinden. Die Lösung der Aufgabe ist die Strecke BC, die ist 6 cm, den Winkel Gamma, der ist 79,7 cm. Das Tolle an dem Projekt ist, dass man eigentlich ein ganz anderes Verhältnis zu den Schülern bekommt. Man hat endlich mal Zeit, sich auch mal 5 Minuten oder 10 Minuten neben den Schülern hinzusetzen, sich das in Ruhe anzugucken. Und die Zeit hat man im klassischen Frontalunterricht eigentlich nie. Der Computerunterricht führt allmählich dazu, dass wir lernen, mit den Schülern anders zu kommunizieren. Das Ziel ist, sozusagen als Coach tätig zu sein. Und ich denke, wir sind momentan bei so einer Mischform. Das bleibt nicht aus, dass wir eben noch Dinge frontal erklären und dann versuchen, dann rumzugehen und zu helfen. Das Konzept unserer Schule ist eigentlich, den Unterricht zu verändern, dahingehend offene Unterrichtsformen einzuführen oder weiter fortzuschreiben, Projektunterricht zu machen und dazu den Computer als Hilfsmittel zu benutzen. Also in regelmäßigen Abständen, gerade so wenn Übungsphasen anstehen, dann kriegen die Schüler einen Arbeitsplan, wo jedes Kind seine Fähigkeiten entsprechend eben die Aufgaben bewältigt. Und ich ganz viel Zeit habe zwischendurch mich um Einzelne zu kümmern. Da machen sie in kleinen Gruppen teilweise gemeinsam was, aber auch unter Umständen einzeln. Und sie können im Prinzip diese Schule benutzen, wie sie so ist. Mit ihren Medien, mit ihren Räumen, mit ihren Druckern, mit Papier, mit Büchern, mit allem, was zur Verfügung steht. Früher haben wir eben mit unseren drei Rechnern gearbeitet, die da hinten stehen. Und jetzt stehen noch die Laptops zur Verfügung. Das heißt, es ist erst einmal mehr Leben in der Bude. Die Kinder laufen viel mehr rum, sie holen sich die Geräte, arbeiten damit und können jederzeit an alle Informationen ran. Die Kinder arbeiten mit sehr viel Freude. Also Computer hat immer noch einen hohen Aufforderungscharakter. Gerade jetzt auch, jetzt haben sie gerade neu gelernt Präsentationen, also PowerPoint. Sie können mit Grafikprogrammen umgehen. Und diese Sachen dann auch in den normalen Unterricht zu integrieren und das anzuwenden. Das bringt schon eine hohe Motivation zusätzlich nochmal. Ja, also wir hatten zuerst, hatten wir die Idee, dass wir Teestöfchen herstellen. Und dann an einem Tag ist unsere Lehrerin reingekommen und hat gesagt, wollen wir nicht mal ausprobieren, wie es ist, wenn man Stöfchen am Band produziert. Und wie es dann auch später in einer großen Firma ist. Sie würde gerne so ein Projekt daraus machen, dass wir Stöfchen, dass wir die Stöfchen dann vielleicht auch verkaufen. Ja, wir hatten uns überlegt, dass es schwerer ist, das so zu verkaufen. Wir hatten uns überlegt, wenn wir es ins Internet setzen, dann werben wir gleichzeitig dafür und wir können es leicht verkaufen. Ich habe im Internet gesucht nach einem kostenlosen Programm, wo ich eine Homepage designen konnte. Und habe mich dann eben da angemeldet und habe dann eben angefangen, das zu designen und habe es dann eben der Klasse mal vorgestellt. Und die haben dann eben Verbesserungsvorschläge gemacht. Also wir haben die Kamera mit nach Hause genommen und dann um die Stöfchen ein paar Sachen gestellt, so dass es frühstücklich aussieht. Und dann haben wir davon Fotos gemacht und das dann wieder in die Schule mitgebracht. Und wir haben einmal alle Bons eingeklebt und alle Bestellungen, die wir gekriegt haben. Und das haben wir dann davon abgezogen. Ich habe eine Präsentation gemacht. Das habe ich einmal in Powerpoint gemacht, also in Excel. Und ganz am Ende haben wir das dann alles zusammengerechnet und dann hatten wir also eine Summe raus und das war dann das, was wir verdient hatten. Ich glaube nicht, dass der Computer notwendig ist, um eine Unterrichtsveränderung herbeizuführen. Ich glaube eher, dass es so sein muss oder so ist, dass vorrangig die Idee da sein muss, den Unterricht zu verändern. Dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, das zu tun und eine davon ist der Computer. Unsere Anfangsidee war ja, den Unterricht so weit wie möglich zu verändern, zu verbessern, weiter zu öffnen, mehr Projektarbeit zu machen. Und da kam uns eigentlich SEMIC sehr gelegen, indem es uns noch eine Möglichkeit mehr geboten hat, an dieser Idee zu arbeiten, nämlich die Medien einzusetzen als Möglichkeit für die Binnendifferenzierung. Die Arbeit wird im vollen Umfang natürlich in dieser Richtung weitergehen. Erstens haben wir in SEMIC gelernt, dass inhaltliche Fortbildung ein ganz wichtiger Faktor ist. Das heißt, nicht die technische Fortbildung und die technische Ausstattung machen die Entwicklung, sondern es muss auch inhaltlich etwas getan werden. Also um Schule zu verändern, braucht man sicherlich überhaupt keine Computer. Dazu ist notwendig, dass wir innerhalb der Lehrerschaft die Möglichkeit haben, andere Formen und andere Arbeitsformen zu entwickeln mit den Schülern. Nicht, dass die Schule als Ganzes eben ein bisschen wegkommt aus diesem tradierten Bild einer Erziehungsanstalt, sondern hinkommt zu einem kameradschaftlichen Lernumfeld, in dem auch viel Soziales geschehen muss. SEMIC 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 Systematische Einbeziehung von Medien und Informationskommunikationstechnologien in Lehr- und Lehrprozesse SEMIC SEMIC